hallo ihr lieben ich habe mal wieder lust auf badebomben gehabt ich habe ja schon mal den ersten teil hochgeladen hatte mir da ein set bestellt bei der führbar und hatte ja nur die hälfte genommen weiß erst mal ausprobieren wollte und mich dann gerne einfach noch mal weiter aus testen wollte mit dem zweiten teil und das habe ich dann heute in angriff genommen ich hatte da alle zutaten mit bei ich hatte ja wie gesagt beim ersten mal hatte ich nur die hälfte jeweils genommen und wenn es jetzt nicht gleich richtig alles lesbar ist ich schaue mal dass ich es euch in die infobox noch rein schreibe und aber auf jeden fall hier schon mal gesagt es wird gebraucht natron zitronensäure stärke kakaobutter kokosöl dann tensit slsa ich muss sagen für sie chemietechnik bin ich eine null und es wird darauf hingewiesen dass unbedingt ein mundschutz getragen wird handschuhe hatte ich ja sowieso schon mit an also dementsprechend gehört das auch mit dazu also unbedingt darauf achten dass ihr da auch einen mundschutz tragt habe ich jetzt bei vielen basteleien sowieso immer auf und das einfach um mich selber zu schützen und in der heutigen zeit hat man ja mundschutz zu hause und dadurch ist das denke ich auch kein problem früher wäre das glaube ich ein problem für mich gewesen weil ich tatsache niemanden hatte der jetzt irgendwie mir einen mundschutz hätte geben können und genau ich habe dann erstmal alle trockenen zutaten wie natron zitronensäure stärke in eine schüssel gegeben und vermischt und die kakaobutter und das kokosöl habe ich dann zum schmelzen gebracht ich muss dazu sagen dass kokosöl was ich noch hatte was da noch in dem set mit bei war das hat so jetzt von der menge her nicht mehr gereicht aber ich glaube heutzutage haben unheimlich viele leute kokosöl zu hause und dadurch ich nutze es halt immer wieder mal für kleinigkeiten ich bin jetzt nicht so der typische mensch der unbedingt kokosöl nehmen muss und habe es wie gesagt dann zum schmelzen gebracht das kokosöl und die kakaobutter was relativ schnell auch ging da habe ich beim kerzen gießen teilweise sehr viel länger gebraucht und aber wie gesagt das war jetzt relativ entspannt und war dann eben auch gut möglich hier seht ihr ich messe das wie gesagt auch ab weil es eben alleine das kokosöl eben halt vorher nicht mehr gereicht hat und genau also dadurch ich musste dafür übrigens auch auf den stuhl klettern weil ich da einfach das weiter oben habe das zeigt eigentlich schon dass ich es nicht ganz so oft brauche und aber es ist eine sehr angenehme konsistenz eigentlich wenn man es dann so man nutzt irgendwo denkt man sich mensch müsste man eigentlich viel öfter nutzen aber gut man kann nicht alles haben so dann geht es tatsache zum schmelzen ich habe wie gesagt nicht ganz so lange jetzt gebraucht für und ihr seht schon ich räume auch nebenbei immer gerne schnell mal mit auf damit ich es halt nicht im nachhinein so sehr machen muss ich habe es bewusst drinnen gelassen weil ich glaube das zeigt auch immer so ein bisschen was zu den menschen zu dem inhalt zu dem ganzen anderen also dadurch ist es einfach ich bin ein mensch will ich damit nur zeigen und genau ansonsten fall in der wartezeit einfach falls euch mein kanal gefällt meine videos mein alles dann hinterlasst mir gerne ein kommentar ich freue mich tatsache sehr drüber egal positiv negativ stellt fragen habt vielleicht ideen die ihr gerne mal sehen wollt falls ihr irgendwo was seht was ich vielleicht anders machen kann also ich bin da offen für kritik es ist jetzt nicht ich finde natürlich auch kommentare ein bisschen schräg wenn dann irgendwie besteht ja eigentlich bist du zu doof dafür ja dann muss ich sagen finde ich das ein bisschen traurig von der kommunikation ja aber ansonsten freue ich mich auch über kritik und ihr dürft mir die sehr gerne reinschreiben was ich gerne anders machen kann dann probiere es auch gerne nochmal aus weil ich habe natürlich auch videos wo dinge nicht so funktioniert haben wie ich sie gerne wollte und genau also hinterlasst mir gerne einen kommentar einen daumen nach oben oder einfach auch gerne ein abo ich freue mich sehr aktuell drüber über jeden einzelnen der da wirklich gerne meine videos schaut und dadurch ja so hier seht ihr das ganze ist jetzt relativ schnell also es war jetzt ich habe es im normalen tempo jetzt laufen ist wobei ganz normal ist es ist minimal schneller aber jetzt nicht so extrem ich habe geschaut damit halt das video von der länge nicht zu extrem lange wird und genau und dann habe ich noch das ätherische öl mit rein gemixt ich habe mich diesmal für orange entschieden ich hatte von einem seife gießen ja noch ätherische öle und auch von dem kerzen gießen ihr seht ich habe schon einiges ausprobiert guckt gerne mal rein und jetzt wird alles ganz schön verknetet und ich habe mich diesmal für zwei farben entschieden und die werde ich jetzt gleich teilen ich zeige nicht es noch schaut mir gerne entspannt dazu so jetzt habe ich es geteilt und jetzt bekommt die eine hälfte ein schönes rohle pink je nachdem wie man es dann sehen möchte und das verteile ich dann auch also ich knete das ganze noch mal durch damit die farbe dann auch reingeht ich fand es relativ einfach also auch beim ersten mal schon machen fand ich das unheimlich angenehm jetzt von der konsistenz her ich konnte damit relativ gut arbeiten also war das jetzt überhaupt nicht schwierig das hinzubekommen in der zweiten hälfte habe ich ein gelb rein getan und das sind die zwei förmchen wo ich jetzt jeweils rein mache ich wollte diesmal so ein bisschen so marmorier effekt rein haben und habe dementsprechend immer kleine schichten reingemacht in die kleinen förmchen und immer abwechselnd ich fand das ergebnis lässt sich wirklich sehen ich fand es sehr sehr schön ich glaube wenn ich es jetzt noch mal mache würde ich wahrscheinlich noch mal probieren ob man auf diesen badebomben malen kann mit so einem seifenfarben ich habe nämlich von der führbar die führbar macht ja unheimlich viele sachen im seifen und eben halt auch badebomben und diese badebomben sind immer unheimlich schön bemalt zu weihnachten gab es kleine elche oder schneemänner und dadurch gab es ganz viele möglichkeiten da jetzt sich da auszutoben und vielleicht kriege ich das ja auch hin ihr seht ich habe die erste google ist schon erfolgreich erstellt und ich wie gesagt ich finde das ergebnis diesmal echt schön geworden ich sag mal die anderen waren auch schön für mein erstes mal aber ich fand die farbe jetzt so die kombi jetzt einfach noch viel viel schöner ich zeige euch dann auch wie sie sprudeln ich habe zumindest ein kleines video dazu aufgenommen nicht ganz so lang weil ich natürlich diese badebombe auch gerne in der wanne noch nutzen wollte habe also dann den rest erst mal an den badewannenrand gemacht und bin dann schnell in die wanne geübt und ich muss mal sagen nehmt es mir nicht übel da wollte ich gerne ohne euch rein ganz wichtig also ich habe manchmal ein bisschen gestruggelt wenn es beim rausnehmen aus dem förmchen war aber das ging dann trotzdem unheimlich gut immer so ein bisschen gegen klopfen an den kanten gegen klopfen dadurch ging es dann viel viel besser und hatte dann eben die chance das dann gut rauszunehmen also es war nur einmal dass dann die hälfte eben so drinne blieb ich hoffe ihr wisst was ich meine und aber ansonsten ging das wirklich sehr sehr gut hier habe ich jetzt die letzten reste weil ich gemerkt habe irgendwie war das recht schwierig dann irgendwie noch so die häufchen so ordentlich zusammen zu bekommen und habe dann beide hälften zusammen gemacht und dadurch ist gleich noch mal ein stück weit ein bisschen anderer effekt rausgekommen noch viel viel mehr gemischt das ganze und also dadurch war auch das für mich jetzt eine ganz schöne lösung das so zu machen dann und da seht ihr schon und nein es war nicht beabsichtigt aber ich habe es nicht fest genug gedrückt gehabt ich glaube weil weil ich einfach abgelenkt war weil das jetzt irgendwie zusammen war und aber ich konnte alles korrigieren es war also überhaupt nicht schlimm ist auch wenn es denn erst mal gemischt ist auch eine gute möglichkeit das mit kindern zu machen und ich glaube die kriegen das auch echt gut hin mit den eltern zusammen je nachdem wie alt die kinder schon sind und also kann ich da auch sehr gut empfehlen wenn dann die kinder das selber machen umso viel mehr spaß macht es dann wenn man wenn die kinder in die wandel dann gehen und diese badebomben ausprobieren dürfen weil sie es ja selber gemacht haben also dementsprechend probiert da auch gerne mit den kindern aus also das würde ich auch wirklich total empfehlen immer natürlich in zusammenarbeiten mit den erwachsenen weil es einfach nicht dass irgendwie dann doch mal jemand irgendwie sachen in den mund nimmt oder so das sollte natürlich nicht passieren also das sag ich jetzt aber es steht nirgendwo aber wie gesagt ich würde es trotzdem nicht tun da seht ihr schon meine schöne rosa eine kugel ich lieb sie und ich habe dann aufgrund dessen weil zeit wirklich echt schwierig war dann alles in die förmchen rein zu bekommen habe ich dann zusammengeschüttet und es hat nicht mehr komplett gereicht für eine kugel und dadurch habe ich dann nur die hälfte gehabt was aber auch ok war ich zeige euch auf jeden fall gleich noch die ergebnisse nämlich in der wanne wie gesagt ist nur ein ganz kleines video aber ich wollte euch wenigstens ganz kurz zeigen ich hoffe ich verabschiede mich daher auch schon und lass euch dann kurz das video ausklingen ich hoffe ihr habt noch einen wunderschönen sonntag und wir sehen uns hoffentlich nächste woche dann auch wieder und seid ganz lieb gedrückt und bis bald und bis bald